Leute, heute spiel wir eine Folge Dear Simulator und zwar für die, die das Spiel nicht kennen, wir sind ein Hirsch und wir sind aber kein normaler Hirsch, hier ist nichts normal, hier ist eine riesen Kuh, hier ist, keine Ahnung, komische Autos, ich kann auch stehen, ich kann einfach so rumstehen, hier fliegt ein Flugzeug und ich glaube, wir können hier ganz schön viel Mist bauen, ich würde sagen, wir laufen hier erstmal durch die Gegend, kann ich das Pferd hier reiten? Oh mein Gott, als ob, als ob, komm, gib Speed, er hat einfach ein Auto kaputt gemacht, kann ich das aufsammeln? Equip, what the heck, what the heck, what the what, oh mein Gott, Alter, oh, das war jetzt nicht geplant, ei, 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 das war, hier, schnell wieder aufstehen, so, hier ist ein Roller, kann ich nicht in den Roller fahren, ich will in den Roller fahren, what the, oh mein Gott, das ist hier ein bisschen komisch alles und das fährt sich auch sehr komisch, muss ich sagen, ah ja, wir sind umgekippt, Okay, ich würde sagen, oder vorschlagen, dass wir lieber rennen, beziehungsweise laufen und ich mache hier mal dieses Auto kaputt, ich habe einfach Bock, das Auto jetzt kaputt zu machen, was kommt hier raus? Ein Katana, oh mein Gott, ey, ich will das Katana, ich kann den Bus fahren, ich kann den Bus fahren, Alter, der Bus geht ja richtig ab, what the, okay, wir stecken fest, wir parken aus, Polizei, Polizei, das ist die Polizei? Polizei Level 1, wir werden verfolgt, wir werden verfolgt, oh, da kommen sie, oh, wir müssen umdrehen, das war actually voll gut, wie ich das hier gerade gemacht habe, folgen sie mich noch? Das Ding ist, ich glaube, wir müssen eh diese Stadt hier zerstören, das ist der Plan hier, wir haben nämlich, wir müssen hier ein Dearsaster machen, äh, so, das machen wir jetzt, wir fahren hier einfach alles um, so, uh, das hat das Dearsaster Level aber ordentlich hochgetrieben, ähm, oh, Atomkraftwerke, dafür hatten wir noch gerne rein, so. Ey, wir können Salto hier machen, mit dem Bus, uh, dafür brauchen wir noch mehr Power, hä, wir sind einfach durch die Rampe hier geflogen, ach, dann fahre ich einfach hier durch die Rampe und machen Salto, oh, lol, echt hingekriegt, oh, oh, die Schafe, die Schafe, die Schafe, die Schafe sind hier wieder am Start, komm, wir fahren die ganzen Autos hier rum, äh, kaputt, Alter, ist das Auto weit geflogen, vom Disaster Level, muss noch höher, wir haben's fast, wir haben's fast, wir haben's fast, wir haben's fast, das ist fast full, das Auto klemmt hier fest irgendwie, Level 2, oh, Oh mein Gott, jetzt checke ich das Spiel, jetzt checke ich das Spiel, Polarbeer, oh, da war ein Schaf, was das Schaf macht, keine Ahnung, oh, oh, so, zack, Alter, die Kamera, die ist echt verrückt. Verrückt. Ey, hier waren die Schafe wieder, die Schafe waren hier wieder. Zack, ich war hier alles um. Rust, Rust funktioniert, glaube ich, ganz gut. Uch. Ich hätte gerne noch irgendwas, was ich irgendwie, das Atomkraftwerk, das kann man ja wahrscheinlich schon in die Luft jagen oder so. Oh, wir stecken fest. Wo ist eigentlich der Polarbeer? Ah, da sind die Schafe. Boah, der hat gescheppert, der hat gescheppert. So, das macht hier alles leider nur 10. Ich würde gern mehr Damage machen. Oh, oh, nicht stecken bleiben. Da leuchtet was. Wow, hier durch. Was ist hier? Was ist das? Wir spielen's. Oh, äh, ist das, ist das wie die Taktou? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehr Kühe jetzt als sie habe. Aber so ganz durchdringe ich das Game hier jetzt nicht. Ich hab neun Kühe. Und die Kuh hat, hat nur, hat, hat 10. Okay, nice, wir haben verkackt. Oh, wir haben's wieder gut gemacht, aus irgendeinem Grund. 12 zu 11. Jetzt haben wir aus, jetzt haben wir irgendwie wieder verkackt. Okay, wieder gut. Ich hab das Spiel nicht geschafft. Ich hab das Spiel nicht geschafft. Ich bin raus, Leute. Ich bin raus hier. Okay, okay. Unser Disaster-Level wurde, oh. Unser Disaster-Level müssen wir jetzt wieder... Ah. Warte, ein Riesenpferd. Riesenpferd. Ich will auf das Riesenpferd. Komm schon. Das Riesenpferd kann fliegen! Das Riesenpferd kann fliegen! Ach so, ich bin nicht runtergefallen. Oh, Entschuldigung, Pferd. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, wir rassen hier Sachen um. Das geht... Zack. So, ah nee, das gibt alles nur einen Punkt. Hm, mit dem Bus hatten wir wieder mehr Action. Aber was ist, was ist, wenn wir einfach, ähm... Ah nee, wir müssen so einen Bus mal wieder kaputt machen. Da befinden sich doch Sachen drin, die sehr praktisch sind. Komm, komm. Polizei Level 1. Skip. Wir haben eine Waffe jetzt. Das können wir auch skippen, das kennen wir ja schon. Oh, wow! Der hat mich abgeschossen. Wow, wow! Schafe sind die auf einmal. Bin ich aber nicht gut. Ja, jetzt muss ich hier Treffen. Den Treffen sehe ich mir aber gar nicht. Ich will hier Autos kaputt hauen. Es gibt viel mehr, äh, Desaster. Gibt's gar nicht. Oh, oh, oh. Ich habe die Kops kaputt gemacht. Ach so, das ist mein Ziel. Oh, ich habe hier so ein Schaf in der Hand. Schau. Ich glaube, ich muss hier so einige Sachen in dem Spiel nicht verstehen. Wir gehen mal zum Atomkraftwerk. Was ist, wenn ich das einfach... Oh, oh. Ich schieße das jetzt einfach kaputt. Komm. Ist das jetzt deutlich mehr kaputt gegangen? Krieg ich jetzt mein D voll? Da ist eine Waffe. Ich habe jetzt stärkere Waffen. Oh. Die haben wir erledigt. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Da hinten. Irgendwo. Aha. Alter! Polarbären! Da sind die Polarbären! Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss mich umdrehen. Oh Gott, diese Steuerung, die ist da echt kaputt gegangen. Da ist ein Riesenkoala auf dem Dach. Was macht der denn hier? Weg hier. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Muss ich durch? Oh. Yes! Nice. Okay. Aber unser Level ist noch nicht finito so. Wir haben noch mehr Potenzial. Hä? Oh mein Gott, ich kann hier auch eine super Attacke machen. Na, wenn ich dit mal vorhergebe, wo ist Herr der Dünn? Ähm. Wir halten hier an. Und wir scheppern dich weg. Ups. Es gibt 50 auf einmal. Hey. Ich habe die Bahn einfach kaputt gemacht. Leute, falls ihr euch wundert, woher Zug bleibt. Das war ich. Lol. Ich kann ja auf Wasser laufen. Ist ja krass. Was ist hier? Hier ist so eine Arena. Okay. I got it, I got it, I got it. Hier ist eine Arena. Und hier schwimmt eure Bahn noch so entlang. Ist das hier ein Landeplatz für fliegende Tiere? Wuh. Was ist das hier? Das hat mir nichts gebracht. Was ist das hier? Keine Ahnung. Was mache ich hier? Wow. Ich nehme das Nilpferd einfach mit. Alles klar. So. Guten Tag. Ich habe hier ein Nilpferd. Okay. Jetzt habe ich das Nilpferd hier rübergebracht. Aber viel bringen tut das hier nichts. Aua. Hör mal auf, du. Aua. 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 Alter. Wie schnell diese Autos hier sind. Okay. Wir fahren jetzt hier wieder alles rum. Können wir ja super Attacken machen. Nee. Der Bus war krasser. Der Bus war krasser. Ist hier ein Flugzeug? Kann ich das fliegen? Nö. Dieser Fisch da rum. Der ist so komisch. Was ist, was ist das hier eigentlich? Das ist, das muss ich doch auch hier mal ausprobieren. Ups. Und Sprung. Ah ne. Ich muss hier rauf. Nein. Der Stuhl ist weg. Verdammt. Toaster. Okay. Was passiert jetzt? Jemand macht den Toaster an. Ein Toast. Ich bin ein Toast. Ich bin ein laufender Toast. Yo. Ich kann fliegen als Toast. Nice. Also so halbwegs fliegen als Toast. Ich mache hier einfach die ganze Stadt kaputt. Kein Problem. Ah, ich kann hier auch einfach durchballern. Ja, das ist ja easy. B. Wir haben B. Hase mit einer Gun. Okay. Okay. Den gilt es jetzt zu zerstören. Beziehungsweise die wollen mich zerstören. Oh, der hat ne Laser Gun. Der hat ne Laser Gun. Und wir sind währenddessen ein Toast Brot. Brot. Das ging ja schneller als gedacht. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hab mich als Deer nicht so gut geschlagen. Äh, schreibt mir auf jeden Fall ein paar Tipps in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Und, äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut da rein, oder? Ciao. 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 Ciao.